Musik Was ist das? Ich, die Hand des Königs, Lord Wolfgang Erwin, Schwarzfisch zum Schnellwasser, überlebende der Bluthochzeit, erlaube mir, den Volke zu präsentieren. Ich, die Hand des Königs, die Hand des Königs, die Hand des Königs, der Schüter des Reiches, Lord von Winterfell, Wächter des Nordens, erster seines Nämens, König, Wolfgang, Notberg, Andres, Volkerstag, zu Winterfell. Jumpe-Getup, Heurisch, Sturmtochter aus dem Haus in Agarien, erste ihres Namens, Königin der Drachenbruch und der ersten Menschen unter Dahl, Mutter der Drachenstrenger in der Ketten, Kalischi des großen Grasmeeres, Leli von Drachenstein, Halleluja! Der Wächter und der König des Norms, der 998. Laufkommandant der Nachtwache, der Bastard von Winterfell, die Krähe von Schnee! Aus dem Hause Tarli, Mitglied und Kämmerer der Nachtwache, der Töter der weißen Wanderer, Semmel Tarli! Die Lady von Dämmerhall, erste Glitterin der Andalen, Held in der Schlachtung Winterfell, aus dem Hause Tarth, Prien von Tarth! Aus dem Hause Winterfell, Mitglied des Ons der Gesichtslosen, die Prinzessin des Ons, Leli Aria Stark! Sie führt den Hof mit, mit dem sie ein Nachtwöhnig gesündet ist! Einfach aus dem Hause Winterfell, Wächterin und Prinzessin des Ons, vom Mitwerte Lannister und Bolt, die kleine Taube, Königin Sansa Stark! Befehlshaber des Lannister-Landherrens, Laufkommandant der Königswache, der Eindrecher und Tönigsmühler aus dem Hause Lenunstar, Sir Jamie Lenunstar! Und die Lady von Kastanenstein, Oberste Herr in der Westlande, Erste ihres Namens, Königin der Andalen und der Ersten München, Beschützerin des Reiches, Herr in der Siebkönigstelle, das ist der erste Segen aus dem Haus Lannister! Hallo! 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 Ich bin der Offiziere Filmeinikerin. Das ist genau die Kamera. Ich bin der Offiziere Filmeinikerin. Ich bin der Offiziere Filmeinikerin. Ja, echt? Das ist doch der Mensch auch. Ja! Ja, der Opfiel ist so. Wir grüßen euch zur großen Feier Wir wünschen euch viel Spaß, lasst es krachen, peckt was, esst was, bis in den Rumpen. Das darfst du übernehmen. Also, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, keine Schuld haben wir euch geholfen. Der Regisseur war der Fischi und die Hand des Königs besser gesagt. Entschuldigung. Und jetzt genießen wir zusammen und haben Spaß. Dankeschön! Wooo!